Sapolsky's Theorie der menschlichen Verhaltensbiologie besagt, dass hinter jedem Verhalten ein biologischer Prozess steht, der das Produkt der natürlichen Selektion ist. Wenn Sapolsky recht hat, bedeutet dies, dass wir, um menschliches Verhalten wirklich zu verstehen, genau wissen müssten, was in den 100 Billionen Verbindungen des Gehirns eine Nanosekunde vor dem Auftreten des Verhaltens passiert. Und wir müssen auch bedenken, was vor etwa 5 Millionen Jahren passierte, als Menschen und Schimpansen ihren letzten gemeinsamen Vorfahren hatten und alles, was dazwischen passiert ist. Zum Beispiel, wenn wir jemanden sehen, der gerade etwas Wunderbares und Selbstloses oder etwas Brutales und Grausames getan hat, können wir uns fragen, warum hat er das gerade jetzt getan? Und wenn wir das fragen, fragen wir etwas darüber, was Neuronen einen Sekundenbruchteil vorher in den verschiedenen Teilen ihres Gehirns gemacht haben. Aber wir fragen auch, welche Umweltreize in den Sekunden und Minuten davor diese Neuronen angeregt haben. Wir fragen außerdem, inwiefern der Hormonspiegel am Morgen diese Neuronen beeinflusst und sie mehr oder weniger empfindlich für diese Reize gemacht hat. Und dann laufen wir oft der Neuroplastizität über den Weg. Wie haben seine Erfahrungen in den vergangenen Monaten diese Neuronen verändert? Dann ist man wieder in der Pubertät und der Kindheit und sogar noch weiter zurück bis zum Leben im Mutterleib. Das hat eine große Auswirkung darauf, wie das Gehirn im Erwachsenenalter aussehen wird. Und noch weiter zurück kommen die Gene ins Spiel. Und die Kultur, was in den ersten Minuten deines Lebens passiert, spiegelt die Kultur wieder, die deine Vorfahren im Laufe der Jahrhunderte geprägt haben. Und am Ende des Tages steht die Frage, warum wir uns genau zu dieser Art von Spezies entwickelt haben und nicht zu einer anderen? Wenn du Sapolsky's Theorie der Verhaltensbiologie glaubst, wirst du an diesem Punkt vielleicht erkennen, dass die Dinge viel komplizierter sind. Ein einfaches »Sie hat A getan, also hat er B getan« erfüllt zwar dein Bedürfnis nach Ordnung in dieser chaotischen Welt, es wird aber vermutlich nicht die vollständige Erklärung sein. Sapolsky wurde in New York geboren. Er verbrachte seine Jugend damit, über Silberrückengorillas zu lesen und stellte sich vor, mit ihnen zu leben. Schon mit zwölf Jahren schrieb er Fanbriefe an Primatologen und während der Highschool brachte er sich selbst Suaheli bei. Später verbrachte er 25 Jahre damit, jeden Sommer die gleiche Gruppe von Pavianen in Afrika zu beobachten. Er studierte und lehrte dann Verhaltensbiologie an der Stanford-Universität. Sapolsky hinterließ einen Rat für alle, die versuchen, andere zu verstehen. Wir sind kompliziert. Du solltest also wirklich sicher und wirklich vorsichtig sein, bevor du entscheidest, dass du verstanden hast, warum jemand etwas getan hat. Vor allem, wenn es etwas ist, das du stark verurteilst. Es ist, als würdest du einen Film nach den ersten 30 Sekunden beurteilen wollen. Was denkst du? Ist seine Theorie stichfest? Und können wir eigentlich nie ein Verhalten wirklich erklären, ohne das Gesamtbild zu berücksichtigen? Oder gibt es so etwas wie eine Seele, die Entscheidungen trifft, unabhängig davon, was mit uns biologisch passiert? Sprouts Videos werden unter der Creative Commons Lizenz veröffentlicht. Das bedeutet, dass unsere Videos kostenlos sind und jeder sie für den persönlichen Gebrauch herunterladen, bearbeiten und abspielen kann. Öffentliche Schulen, Regierungen und gemeinnützige Organisationen können sie auch für Schulungen, Onlinekurse oder die Gestaltung neuer Lehrpläne verwenden. Du kannst uns helfen, weiterhin unabhängig zu bleiben und dabei unsere Arbeit unterstützen, indem du dich den anderen Förderern anschließt und einen Beitrag beisteuerst. Besuche einfach patreon.com slash sprouts